Wir sind hier mit einem wichtigen Update zu unserem geliebten Team. Der jüngste Rückschlag hat uns in der Tabelle in eine herausfordernde Position gebracht und es ist an der Zeit, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was das für Borussia bedeutet. Bis zur 90. Minute des letzten Spiels hatten wir die Hoffnung, uns einen besseren Tabellenplatz zu sichern. Der Doppelschlag am Ende ließ uns jedoch auf dem 12. Platz liegen. Ein Vorsprung von nur einem Punkt vor Bochum und Bremen auf den Plätzen 13 und 14 bereitet unseren treuen Fans sicherlich einige Sorgen, insbesondere in der Weihnachtszeit. Die Frage, die sich jeder stellt, ist, droht für Borussia der Abstieg? Spieler, Manager und Fans werden sich in den kommenden Wochen und Monaten mit dieser Angst auseinandersetzen müssen. Nach dem enttäuschenden Ergebnis wurde Nils Schmattke, unser Sportdirektor, auf die Möglichkeit eines Abstiegs angesprochen. Die Antwort war bestimmt und direkt, nein, absolut nicht, Fohlen geraten nach einem Rückschlag nicht in Panik, im Gegenteil, sie vertrauen auf die Qualität, die sie haben. Der komfortable Vorsprung auf Mainz 05 auf dem Abstiegsplatz sowie auf den ersten. FC Köln und Darmstadt 98 auf den direkten Abstiegsplätzen beträgt jeweils sieben Punkte. Während wir mit 17 Punkten in die Winterpause gehen, hat das Trio am Tabellenende jeweils nur zehn Punkte auf dem Konto. Schmattke betont, dass wir in manchen Spielen trotz aller Anstrengungen nicht so belohnt wurden, wie wir es hätten tun sollen. Die Gegentore in den letzten Momenten der Spiele gegen Freiburg oder Frankfurt haben das Bild getrübt und es gibt viel Raum für Verbesserungen. Die Suche nach mehr Punkten ist im neuen Jahr entscheidend. Das neue Jahr wird für Borussia Mönchengladbach zwei entscheidende Heimspiele mit sich bringen. Am 14. Januar 2024 treffen wir auf die Überraschungsmannschaft des VfB Stuttgart am 21. Januar kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem FC Augsburg. Zuvor ist am 6. Januar ein Testspiel gegen das niederländische Team Goa Head Eagles geplant. Wir wollen eure Meinung hören, leidenschaftliche Fans. Wie sehen Sie diese Situation? Was sind Ihre Erwartungen für das neue Jahr? Glauben Sie, dass Borussia Mönchengladbach diese Herausforderungen meistern und an die Tabellenspitze zurückkehren kann?